Jo moin, grüßt euch. Ich kann euch den neuen Battle Pass zeigen, der jetzt rauskommt zur Akt 2. Ich habe ein paar Bilder bekommen, die gucken wir zusammen durch und ich werde euch auch noch was zum Champions Bundle erklären. Bevor wir damit anfangen, dickes, dickes Dankeschön, wir haben die 33.000 Abonnenten geknackt, das heißt, ich baue euch hier in dem Video wieder ein Giveaway ein. Ihr könnt 2x 10 Euro Welle und Guthaben gewinnen. Was ihr dafür machen müsst, ganz einfach, einmal kommentieren, wie ihr die Skins zum Beispiel findet, das Video liken und den Kanal abonnieren und die Auslosung folgt dann am Wochenende in einem Video. Einfach die Videos checken, am Anfang ist dann immer die Auslosung oder halt auch das neue Giveaway, wenn ein startet. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei dem Video und wie gesagt, gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr die Skins findet. So, bevor wir mit dem Battle Pass starten, kurzer Hinweis zum Champions Bundle. Denkt dran, das Champions Bundle gibt es jetzt nur einmalig, danach wird es nie wieder in den Nachtmarkt kommen oder in die Shop-Rotation oder so. Das kann man nur jetzt kaufen und 50% der Einnahmen davon gehen auch direkt an die Teams, die die Champions spielen in Istanbul. Finde ich ganz cool, weil damit unterstützt man auch direkt die Esports-Teams. Was ist hier drin? Die Phantom und das Butterfly Knife. Ansonsten noch ein Waffen-Buddy, ein Spray und eine Player-Card. Gucken wir uns auch nochmal alles genauer an. Und auch, was die Waffen und das Knife vor allem können. Die haben nämlich auch noch Specials. Wir haben hier einmal ein Waffen-Buddy. Das ist das Spray. Das ist die Player-Card. Dann haben wir die Phantom hier. Ihr seht schon, die hat so einen Glow-Effekt drumherum. Dieser Glow-Effekt ist aber nur da, wenn ihr Stats-Leader seid. Also wenn ihr die meisten Kills auf dem Server habt. Dazu zählt auch das gegnerische Team. Ihr müsst die meisten Kills haben. Dann leuchtet die Waffe. Und was sie noch dazu eingebaut haben. So sieht die Waffe aus, wenn man zwischen 0 und 4 Kills hat. Erreicht man 5 Kills, sieht die Waffe so aus. So hat es ein paar mehr rote Felder da. Dann ab 10 Kills sieht die Waffe so aus. Ab 15 Kills so. Ab 20 Kills so. Und wenn ihr es wirklich schafft, 25 Kills zu machen, ist sie komplett rot im Endeffekt. Das finde ich eigentlich eine coole Sache, dass sie sich so weiterentwickeln kann. Das gleiche mit dem Knife. Standardmäßig sieht es erstmal so aus. Wenn ihr noch keine Kills habt sozusagen. Erreicht ihr 5 Kills, sieht es so aus. 10 Kills so. 15 Kills so. 20 so. Und 25 so. 25 sieht halt schon krass aus. Aber 25 Kills hat man natürlich auch nicht immer. Das sind auf jeden Fall die Effekte. Und ja, das Bundle wird kosten 6265 VP. Dann gibt es noch so einen Event-Pass zu den Champions. Der ist for free für jeden. Da habt ihr ein Spray, die Player-Card, auch so ein Waffen-Buddy. Das ist in Game dann einfach eingebaut. Das könnt ihr hochleveln, indem ihr Matches spielt. Dann habt ihr noch diesen Titel, Fire. Noch die Player-Card und das Spray. Und ja, das war's. Und ihr habt noch Radianid-Punkte mit dabei. Das wollte ich euch kurz zeigen, damit ihr Bescheid wisst und auch eine kleine Info habt. Und jetzt machen wir weiter mit dem Battle-Pass. So, wir fangen erstmal an mit den Waffen-Buddies. Wir haben hier einmal so eine Spinne. Dann ein Ei. Dann haben wir einen Taschenrechner. Äh, dann den Episode 5, Akt 2-Coin. Das ist ja immer mit dabei, ne? Von Akt zu Akt und so. Dann haben wir den Frosch. Äh, das soll wahrscheinlich eine Katze sein. So ein Katzenkopf. Ein Vogel. Und oben eine Blüte. So ein Vogel sein, ja. Eine Schlange. Sieht eigentlich ganz witzig aus. Äh, einen angebissenen Apfel. Und in Gold den Apfel. Okay, das heißt, das ist auf jeden Fall der Epilog-Waffen-Buddy sozusagen. Das sind erstmal die Waffen-Buddies. Machen wir weiter mit den Sprays. Dann haben wir hier einmal die Sprays. Einmal einen Frosch, der sich so bewegt, also animiert ist. Dann so verschiedene Karten. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet. Ich weiß nicht, ob vielleicht immer random eine andere Karte eingezeigt wird, wenn man das sprayt. Muss man da mal ingame schauen. Rays einmal mit einer Brille. Nochmal Rays. Brimstone haben wir hier noch. Nochmal Brimstone am Laptop. Aufchillig mit einem Kaffee. Sofa mit einem Arrow im Bein. Oh, nicht schlecht. Sage und Jet. Äh, ich weiß nicht, ob das irgendwie ein Battle Pass. Keine Ahnung, was das für ein Symbol ist. Wir brauchen ein Spray. Phoenix. Okay, das ist auch irgendein Logo zum Battle Pass. Mh, Chamber. Roman ist eigentlich ganz cool. Und Neon mit der Bombe in der Hand und dann, wo ja, in welche Richtung soll es gehen. Ja, wieder ein paar coole dabei. Gab aber schon mal bessere, finde ich. Machen wir weiter. Dann kommen wir jetzt zu den Player-Cards. Hier haben wir einmal Jet und, äh, ein paar Leute laufen weg. Hier macht so einen Wirbel. Sieht eigentlich ganz okay aus. Omen. Und Hochwasser. Und Omen will so ein bisschen helfen. Ist ja auch nice. Vor allem der Omen halt so im Hintergrund. Sieht ganz cool aus. Phoenix. Okay, die Player-Cards haben alle so einen gleichen Style, okay. Dann mit Sage auch nochmal sowas. Mit so einer Welle, finde ich es jetzt mal. Wasserwelle. Okay, das sieht sehr, sehr cool aus mit den verschiedenen Agents. Viper, Jet, Killjoy, Phoenix, Sage und Yoro. Was ist das denn so? Keine Ahnung. Das auch nicht. Sieht ein bisschen vielleicht wie, ich weiß nicht, Omen, aber vielleicht zu der Map Pearl irgendwas. Dann hier wieder das Logo zum Battle Pass. Nochmal sowas. Das, glaube ich, könnte auch Pearl sein. Cypher. Zwei Cyphers können ja mit der Momin damit auch witzig. Aber die sieht jetzt nicht so spektakulär aus, aber cool, dass Cypher drauf ist. Und ein Turret. Dann KO. Wie KO so die Shooting Range Bots hochnockt. Und in Gold. Okay, das ist also der Epilog-Banner. Ja, ein paar sind ganz cool. Das ist ganz witzig. Das Logo vom Battle Pass sieht cool aus. Und das sieht sehr, sehr extrem nice aus mit den verschiedenen Agents hier drauf. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal zu den Waffen, ne? Also das Wichtigste aus dem Battle Pass. So, hier dann das Spannendste aus dem Battle Pass, wo man natürlich immer am meisten drauf schaut. Einmal die Waffen. Da haben wir hier einmal die Collection. Ich weiß jetzt nicht genau die Namen, aber wird man in den Ingame sehen. Ja. Weiß nicht. Sieht jetzt, finde ich jetzt nicht so krass, muss ich sagen. Da haben wir einmal eine Ares, eine Bulldog, eine Classic und eine Marshall. Das ist eine Collection, die im Battle Pass ist. Dann haben wir hier noch eine andere. Ah, in verschiedenen Farben. Okay, da ist eine Guardian dabei, so in Gold. Dann in Rot, in Blau und in Grün. Jetzt weiter mit einer Sheriff. Die dann auch wieder in den vier Farben, ne? In Rot, Blau und Grün. Sheriff sieht ganz okay aus. Vor allem in dem Gold hier so, ne? Sieht ein bisschen aus wie Chamber Sheriff. Dann eine Stinger ist noch mit dabei. Auch wieder in den vier Farben. Da sind auch immer verschiedene Agents drauf, sehe ich gerade. Hier ist jetzt Astra drauf. Und eine Vandal. Oh, die Vandal ist ja krass. Die ist in Gold mit Jet drauf. Okay, die sieht schon cool aus. Ist halt eine Standard-Vandal, so ohne Sound-Innerung oder so, weil es halt aus dem Battle Pass ist. Aber cool, dass da halt Jet mit drauf ist bei dem Gold. Rot auch nicht schlecht. Blau. Grün. Ja, Vandal ist super. Kann man mit leben. Bucky. Ah, das ist das letzte Bundle, was im Battle Pass mit dabei ist. Da ist eine Bucky dabei. Eine Ghost. Ganz wilde Skins. Das ist eine Judge, ne? Ja. Eine Phantom. Und das Knife. Das ist die Melee-Waffe. Ich weiß nicht, was das sein soll. Sieht aus wie so eine Pfanne. Könnte eine Axt sein dann irgendwie. Ich weiß nicht, ob es dann die Axt-Animation hat oder vielleicht eine komplett neue Animation. Aber da sehen wir auch wieder das Logo vom Battle Pass, ne? Das ist da in der Mitte. Daher kommt das wahrscheinlich. Ja. Muss man sehen dann, wie es Ingame aussieht, ne? Was für eine Animation das hat. Aber ist mal was Neues, würde ich sagen. Eigentlich nicht schlecht. Gefällt mir. Muss man mal schauen, wie es Ingame aussieht. Ja, das war so der Battle Pass. Was jetzt neu kommt in Akt 2. Bin gespannt, wie das dann, wenn wir uns das Ingame alles anschauen. Wie das dann Ingame alles aussieht. Hi, boys. 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 Hi, boys.